Servus meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Da sind wir wieder, auch mit der besten Perspektive, diesmal nicht wie letztes Mal. Beim letzten Mal habe ich aus den Hochkant gefilmt. Das war natürlich blöd von mir. Ich habe nicht daran gedacht. Ich habe einen Handyhalter gehabt, habe gedacht, hier hänge ich hin, mache mein Handy dran und habe aus den Hochkant gestellt. Scheiße. Ja gut, dann nehmen wir ein anderes Mal auf. Es ist tatsächlich gar nicht so einfach. Ich habe gesagt, ich will immer Dienstag und Donnerstag ein Video hochladen. Aber so einfach ist es, sehe ich gar nicht. Weil ich muss mir auch Gedanken machen, was ich quatsche. Und das ist tatsächlich nicht so einfach. Aber ey, ist auch nicht schlimm. Ja, ich habe, ich glaube, letztes Wochenende habe ich gestreamt, escape from Tarkov und habe dann plötzlich so eine Bot-Attacke bekommen. Also das heißt Bot-Attacke. Es war jetzt keine Attacke. Aber jemand hat, irgendein Zuschauer, an den ich nicht kannte, hat Geld gezahlt, damit ich Follower bekommen. Und das waren halt einfach 700 Follower auf einmal. Also das waren einfach nur Bots. Das waren keine echte Menschen. Und die habe ich auch schon wieder gelöscht. Aber ich kann hier einen Clip zeigen. Oh fuck. Oh shit. Bot-Rates. Wuhu. Fuck. Geil. Twitch. Vielen Dank. Ich wusste, er hat mich lieb. Und ja, ich war halt ziemlich irritiert beim Zocken dann, weil die ganze Zeit meine Benachrichtigung kam, dass ich einen Follower bekommen habe. Und ich fand es natürlich ein bisschen funny am Anfang, was hat plötzlich passiert. Und ich habe es auch bei anderen Streamern mal gesehen. Aber ich hätte nie gedacht, dass es bei mir passiert. Das war eigentlich ziemlich funny. Ja, wie gesagt, ich habe die auch wieder alle gelöscht. Da gibt es eine extra Seite dafür. Die habe ich von Simon zugeschickt bekommen. Das war ziemlich hilfreich. Es kam ziemlich unerwartet. Ich hoffe, das passiert nie wieder. Es ist auch nämlich bei Red und bei Oni passiert, diese Follower-Attacke, diese Bot-Attacke. Ja. Also es kann jeden treffen. Es ist egal, ob man ein großer Streamer ist oder ein kleiner Streamer. Jeden kann das treffen. Meine Vermutung ist, wie das passiert ist. Und zwar, ich habe Escape from Tarkov gespielt und ich habe einen Spieler umgebracht. Und ich glaube, er hat dann meinen Namen gesehen und auf Twitch gesucht danach. Und hat gesehen, dass ich live bin und hat dann einfach, ich weiß nicht, wie viel Geld dafür bezahlt hat. Genau 10, 20 Euro bezahlt. Ungefähr. Ich weiß natürlich nicht, wie viel. Und ja, und dann kam das halt rein. Wahrscheinlich war einfach nur ein bisschen salty, weil er gestorben ist, weil ich ein Kind habe im Spiel. Und hat einfach gesagt, Fick dich. Ich schicke dir ein paar Bots rüber. Aber das ist Schwachsinn. Das ist einfach weggeschmissenes Geld. Verbranntes Geld. Kann man auch in meinen Stream investieren. Also es ist ja richtig unnötig. Genau, ich habe mir jetzt auch einen Insta-Account erstellt. Da poste ich auch Content hoch. Könnt ihr mir auch gerne folgen. RecreateTV. Da habe ich mir gedacht, komm, ich mache es mal. Ich wollte es ursprünglich nicht machen, aber habe mich dann doch anders um entschieden. Vielleicht wird es doch was und kann hilfreich sein. Wer weiß. Also wird es gefühlt überall vertreten. Wir haben jetzt YouTube, Twitch, TikTok, Twitter, also X und Insta. Überall heiße ich gleich. Also könnt ihr mir gerne ein Follow reinlassen. Follow da lassen. Und vor allem gerne auf Twitch vorbeigucken, zuschauen. Und lasst gerne auch hier ein Like und ein Abo da. Würde ich mir sehr freuen. Und ja, ich überlege mir noch. Ich glaube, ich fahre noch gleich zum Kaufland und hole mir was zu trinken. Weil ich habe Durst. Und dann dafür zu Hause. Fällt mir ein bisschen Popcorn. Genau, wir machen auch. Der Simon, also aka Classic, hatte eine coole Idee. Und zwar, dass wir einen gemeinsamen Discord machen. Und zwar halt aus, also bestehend halt aus Simon, also Classic, aus Oni und aus Red oder aus mir. Und ich glaube, Discord heißt aktuell Chaos Crew. Beziehungsweise, der wird es vielleicht noch anders heißen. Wer weiß. Und ja, so ein gemeinsamer Discord-Channel. Aber mehr Infos kommen noch dazu. Ich weiß auch nicht genau. Ich glaube, der Simon wird den heute Abend erstellen. Ja. Also kommen wir vorhin, weil ihr dieses Video seht. Vielleicht ist es schon da. Mal gucken. Kommt jetzt vorbei. Oh ja, genau. Wir hatten auch, bald kommt ja, also der Scale from Tarkov Vibe ist immer noch geplant. Und es gibt jetzt aktuell immer noch kein Datum, wann er kommt. Der wird einfach spontan kommen. Ich vermute, nächste Woche wird er da sein. Also wir sind da ziemlich nah dran. Und bei BSG ist etwas Witziges passiert. Und zwar haben die versehentlich viele Accounts resettet, ohne den Vibe rauszubringen, sozusagen. Das war so ein Fehler im System, meinten die. Oder irgendein Problem gab es bei denen. Und haben die versehentlich paar Accounts gewiped. Und haben sich natürlich dann entschuldigt, auf Twitter. Und haben den Leuten, die betroffen waren, so ein kleines Geschenk gegeben. Obwohl es jetzt auch scheißegal ist. Weil der Vibe eh bald ist. Und da brauchen wir das ganze Zeug nicht. Von daher ist es gar nicht so schlimm. Meiner Meinung nach ist es nicht schlimm. Weil du kannst einfach eine Woche nichts machen. Scheiß auf die eine Woche. Du kannst auch nichts machen. Ihr seht bald Vibe. Aber das einzige Schlimme, was ich mir vorstellen kann, ist, wenn du ein Achievement gemacht hast, wurde der Fortschritt zurückgesetzt. Das heißt, es gibt ein Achievement, also eine Errungenschaft, da musst du einen Boss hundertmal töten. Es gibt eine Errungenschaft bei Escape from Tarkov, da musst du einen Boss hundertmal töten. Und wenn du den getötet hast, klickst du das Achievement und es bleibt für immer. Das wird auch nicht gelöscht, das bleibt für immer auf deinem Account. Und wird mit jedem Vibe mitgenommen. Das Problem ist, zum Beispiel du hast den Boss 99 mal getötet von 100. Und jetzt kommt dieser Zurücksetzer versehentlich. Und dann wird dieser Fortschritt gelöscht. Das heißt, diese 99 killst du einfach weg. Das ist verdammt frustrierend. Weil das Spiel ist halt Hardcore und du stirbst halt ziemlich schnell in dem Spiel. Und wenn du halt 99 von hundertmal den Typen gekillt hast und dann einfach resettet wird, das ist halt echt komplett asozial. Ich selber habe den Achievement nicht, weil der verdammt schwer ist. Ich weiß aber auch nicht, ob ich das machen will. Ähm, ja. Keine Ahnung. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich mal gute Rauen habe. Das wird verdammt schwer. Vielleicht mal irgendwann mal schauen. Genau, das war es auch schon mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Und danke für den ganzen Support. Es freut mich sehr, dass es in letzter Zeit so gut läuft. Und ich habe viele neue Leute kennengelernt. Also noch mal vielen Dank für den ganzen Support. Es freut mich sehr. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Tschüss.